Was meint ihr dazu? Wir könnten uns einen schönen Weihnachtsbaum aussuchen, den wir dann so schmücken, dass der Weihnachtsmann uns Geschenke unterm Baum lässt. Ja, ja, jupi! Aber draußen ist es kalt. Keine Sorge, Missifu. Rät, fri, frat, Mitten, Handschuhe und Schals werden uns warm halten. Auf geht's! Okay, Leute, jeder von euch sucht sich einen Baum, der ihnen am besten gefällt. Ich mag diesen kleinen Baum. Dieser hier ist nicht besonders grün. Oh, der ist aber schön. Wow, und die kleinen Sternchen. Oh. Tati, irgendwie sieht alles gleich aus. Du hast einen Bad. Missifu. 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 Oh. Hoppa. Ah. 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 Wow. Wow. Das scheint sehr lustig zu sein. Juhu. Ah. Juppi. Ah. 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 Was war das für ein Geräusch? Hallo? Es ist, es ist der Weihnachtsmann. Hallo, Leute. Weihnachtsmann. Lasst uns reingehen. Ich mache uns eine Eise-Schokolade. Wie seid ihr denn hierhergekommen? Wir sind durch ein magisches Portal gegangen. Das bedeutet, dass ihr dieses Jahr auserwählt seid, mir beim Verteilen der Geschenke zu helfen. Super. Lassen wir zum Schleifern gehen. Oh, ho, ho. Wann gehen wir los? Jetzt gleich. Rudolf, wir sind unsere Helfer. Hallo, Rudolf. Oh, na, bereit. Hier kommt das erste Geschenk. Jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich an der Reihe. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wir sind schon zu Hause angekommen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Super. Zudem haben wir auch noch einen Geschmittenbaum voller Geschenke. Juhu. Lass uns sie öffnen. Wo ist denn der Weihnachtsmann? Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Danke, Weihnachtsmann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020